Science-Fiction, Reisen zu anderen Planeten, Star Wars, Star Trek, diese Reihe kann man meiner Meinung nach sehr gut durch das Wort Laser ergänzen. Aber statt Raumschiffe oder ganze Planeten durch Laser zu zerstören, kann man Laser tatsächlich auch nutzen, um Raumschiffe anzutreiben. Mit der Laserpropulsion gibt es tatsächlich heute schon eine Technologie, mit der wir grundsätzlich in der Lage wären, innerhalb einer Generation Sonden zu benachbarten Sternen wie Alpha Centauri zu schicken. Und genau das möchte neben der NASA auch eine von Stephen Hawking und Mark Zuckerberg initiierte Privatinitiative angehen, aber dazu gleich mehr. Die Idee zum heutigen Video kam mir durch eine Kooperation mit Andreas von Niggis Kosmos. Auf seinem Kanal findet ihr ein Video zu interstellaren Zukunftsantrieben, an dem ich mich mit einem kurzen Intermezzo über lasergestützte Photonsegel beteiligt habe. Unbedingt da reinschauen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. In meinem Video heute geht es um verschiedene Konzepte, die Laser für Antrieb von Raumfahrzeugen nutzen und wie diese funktionieren. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt senkrecht Start abonnieren. Nun aber zum Thema des heutigen Videos. Laser gibt es zwar seit den 60er Jahren, aber dass man richtig etwas mit ihnen anfangen kann, ist noch gar nicht so lange her. Für die große Bekanntheit der Technologie dürfte die Kompaktdisk beigetragen haben. Neben dem Laserschneiden ist der Metall-3D-Druck im selektiven Laserschmelzverfahren, SLM, gerade in der Raumfahrt in aller Munde. Was Laser eigentlich sind und wie sie funktionieren, das würde das Video aber vor allem meinen Intellekt sprengen. Aber versuchen wir es vielleicht mal mit einer ultra kurzen Erklärung. Durch gekonntes Ausnutzen der Physik in einem Lasergerät erzeugen angeregte Atome elektromagnetische Wellen, die in einem engen Frequenzbereich liegen können, über eine hohe Intensität verfügen können und die sich sehr scharf bündeln lassen. Gerade der letzte Punkt mit der Bündelung, der führt dazu, dass man auch über große Distanzen mit relativ wenig Streuung Energie transportieren kann. Naja, oder halt James Bond die Eier rasieren, wenn man eine Vorliebe für Gold hat. Anyway, bei allen heute vorgestellten Konzepten sollte vorab erwähnt werden, dass es derzeit die benötigte Laserleistung nicht gibt, um eine sinnvolle Nutzlast mit Laser zu beschleunigen. Das Problem könnte man angehen, indem man riesige Arrays von Lasern zusammenschalten würde, die es natürlich mit Energie zu versorgen gelte. Aber mit solchen Nebensächlichkeiten wie Wirtschaftlichkeit und Logistik will ich euch heute gar nicht behelligen, es soll ja um Laser gehen. Piu-piu! Die einfachste Art, mit einem Laser eine Rakete anzutreiben, ist vermutlich die laserthermische Rakete. Die Idee ist, mit dem Laser eine Flüssigkeit so weit zu erhitzen, dass sie zu sieden beginnt und man das entstehende Gas dann über eine konventionelle Düse expandiert. Und so bei der Entspannung hin zum Umgebungsdruck möglichst viel der thermischen Energie in kinetische Energie umwandelt. Also eigentlich ab dem Moment, an dem wir ein heißes Gas und hohem Druck am Eingang einer Laval-Düse haben, das gleiche Funktionsprinzip wie bei konventionellen Raketentriebwerken. Wie bei diesen konventionellen Raketentriebwerken ist es vorteilhaft, wenn das Abgas möglichst leicht ist, was uns dann auf reinen Wasserstoff als Antriebsmedium bringt. Mit reinem Wasserstoff sind theoretisch spezifische Impulswerte von bis zu 800 Sekunden denkbar. Das ist fast doppelt so treibstoffeffizient wie das RL-10 mit bis zu 465 Sekunden. Immerhin das effizienteste konventionelle Raketentriebwerk, was bisher geflogen ist. Vielleicht schon gehört habt ihr vom gepulsten Plasma-Antrieb. Hier wird der Laserstrahl genutzt, um einen Stoff in ein heißes Plasma aufzubrechen, das sich beim weiteren Erhitzen mit hoher Geschwindigkeit von der Lasereinflusszone explosionsartig fortbewegen möchte und dabei einen Impuls an das zu beschleunigende Objekt abgibt. Dass das funktioniert, wurde auch schon demonstriert und wurde von der Air Force als Möglichkeit untersucht, kleine Satelliten von der Erde bis in den Weltraum zu bringen. Während im Vakuum des Weltalls ein Medium zum Verdampfen mitgeführt werden muss, kann in den dichten Atmosphärenschichten einfach die umgebende Luft erhitzt werden. Da das Ganze gepulst abläuft, kann zwischen den Pulsen frische Luft in die Lasereinflusszone nachfließen. Von den Stickoxiden, die sich bei hohen Temperaturen bilden, mal abgesehen, hätte die Technik natürlich einiges an Charme im Gegensatz zu den Verbrennungsprodukten der meisten konventionellen Raketentriebwerke. Keinen Treibstoff mitnehmen zu müssen oder selbst im Vakuum mit wenig Treibstoff auszukommen, das würde beim Bau von Raketen und Raumschiffen natürlich paradiesische Nutzlastverhältnisse ermöglichen. Eine andere Form, die Energie des Lasers in den Vortrieb umzusetzen, ist der ablative Laserantrieb. Während es relativ schwierig ist, große, schubstarke Triebwerke mit dieser Technik zu bauen, liegen die theoretisch möglichen Treibstoffeffizienzwerte bei einigen tausend Sekunden ISP. Das ist schon ziemlich viel. Und eine weitere Anwendung dieser Technologie ist denkbar, und zwar der einseitige Beschuss von Weltraumschortpartikeln, deren Bahn durch den ablativem Impuls dann abgesenkt werden könnte. Mit einem Laser ein Plasma zu erzeugen, das geht nicht nur von außen. Theoretisch sind mit dieser Technik auch kleine Schubdüsen für die Ausrichtung von Sonden denkbar. Während die beiden vorangegangenen Konzepte mit gepulsten Lasern arbeiten, gibt es aber auch ein Konzept für einen permanenten Laserstrahl. Hier führt man kontinuierlich ein Gas in den fokussierten Laserstrahl. Hier wird dann das Gas zu einem Plasma erhitzt und möchte sich ausdehnen. Ja, und diese thermische Energie, die können wir dann wieder mit einer Düse in kinetische Energie umwandeln, was dann für den Impuls für den Vortrieb sorgt. Die Fokussierung sorgt für extrem hohe Temperaturen in der Mitte der Plasmakammer, während die Außenbereiche dann relativ kühl sind, was das Ganze konstruktiv etwas vereinfacht. Auch hier würde man mit dem niedrigen Molekulargewicht von Wasserstoff arbeiten und dann einen spezifischen Impuls von etwa 1000 Sekunden erzeugen können. Die meisten Science-Fiction-Fans kennen sie Sonnensegel, aber natürlich funktionieren die auch bei jedem anderen Stern und nicht nur bei unserer Sonne. Fun fact, Kometen haben durch diesen Effekt immer einen Schweif, der durch den Strahlendruck wie ein Windfähnchen von der Sonne weg zeigt, egal in welche Richtung der Komet sich bewegt. Eigentlich ist der Name Photonensegel ja besser als Sonnensegel. Der Vorteil des Photonensegel-Antriebs besteht darin, dass das Fahrzeug weder die Energiequelle noch die Reaktionsmasse für den Antrieb mit sich führen muss. Ja, diese Masse muss dann nicht extra beschleunigt werden, was das Erreichen von sehr hohen Geschwindigkeiten sonst beliebig schwierig oder gar unmöglich macht. Das ist ein unglaublicher Vorteil gegenüber konventionellen Raketen oder allen Antriebsarten, die Masse zur Energieerzeugung oder zum Auswerfen mitführen müssen. Um den im Vergleich zu konventionellen Antriebsarten sehr geringen Strahlendruck in praktikablen Größenordnungen zu nutzen, bedarf es dann eines möglichst großen, aber gleichzeitig möglichst leichten Photonsegels. Ja, das ist, wenn möglich, nur wenige Atomschichten dick und gleichzeitig so reflektiv, dass so viele Photonen wie möglich wieder reflektiert werden. Und wenn wir für diese Antriebsart jetzt anstatt eines Sterns eine künstliche Lichtquelle, und zwar ein Laser, nehmen, voilà, fertig ist unser lasergestütztes Photonensegel. Und wie jede gute Science-Fiction ist die Technologie vielleicht kurz vor dem Durchbruch. 2016 wurde unter anderem von Stephen Hawking und Mark Zuckerberg das Breakthrough-Starshot-Projekt initiiert. We are here today to talk about Breakthrough-Starshot and our future in space. Ziel ist die Entwicklung von einer Flotte von interstellaren Lichtsegelsonden, die in der Lage sein sollen, die Reise zum 4,37 Lichtjahre entfernten Sternensystem Alpha Centauri anzutreten. Diese Lichtsegelsonden sind weit weg von der Größe von Generationenraumschiffen, an die man vielleicht sonst bei interstellaren Reisen denkt. Das Lichtsegel jeder Sonder soll zwar einige Meter groß sein, die eigentliche Sonder selbst besteht aber nur aus einem winzigen Mikroschip. Diese sogenannten Star-Chips, ich weiß, cooler Name, enthalten dann jeweils den Steuercomputer, eine Energiequelle, Sender und Empfänger und vermutlich eine Kamera. Angetrieben werden soll es mit einem starken Laserstrahl, der das Photonensegel zehn Minuten lang über eine Strecke von mehreren Millionen Kilometern bestrahlt, was die Star-Chips auf 5 bis 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen soll. Dass das Ganze theoretisch funktionieren könnte, das zeigt auch die NASA Alpha Centauri-Mission 2069. Hier wurde eine Mission vorgeschlagen, die 2069 zum 100. Jahrestag der Apollo 11-Landung mit der gleichen Technik eine interstellare Sonde zu Alpha Centauri schickt. Mit 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit würde die Sonde dann nach 44 Jahren, also im Jahr 2113, Alpha Centauri erreichen. Nach weiteren 4,37 Jahren könnte uns dann von dort Signale dieser Sonde erreichen. Wenn du Lust auf mehr Raumfahrtinhalte hast, Abo da lassen und Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Ein großes Dankeschön geht wie immer an meine Schutzengel, die Sänkerchstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Wenn auch du Schutzengel sein möchtest und aktiv dabei helfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, einen Link zur Mitgliedschaft findest du unter dem Video. Je nachdem, wie visionär dein Geist ist, empfindest du Projekte, die etwas in andere Sonnensysteme schicken wollen, vielleicht mehr oder weniger sinnvoll. Wenn man bedenkt, was für eine Inspiration die Voyager-Sonden, die ja nach 45 Jahren gerade erst das Sonnensystem verlassen, für Generationen von Wissenschaftlern waren, und was das über die Menschheit als Ganzes aussagt, sich solchen Projekten zu stellen, ja, ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen. Ich denke, ein bisschen Inspiration tut uns allen ganz gut. Es ist ja Zeit für unseren persönlichen Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön seltsam, ich bleibe. Dein Mo. Dein Mo. Dein Mo. Dein Mo. Dein Mo. Vielen Dank.